Moin, ich bin Projektheld und im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich meine Simson S51 neu aufgebaut habe. Und dabei bin ich auf das Problem gestoßen, wenn ich einen hohen Lenker verbauen will oder Scheibenbremsen verbauen will oder wie bei meinen anderen Simson S51 einen breiten Lenker verbauen will, dann habe ich das Problem, dass der Choke-Bautentzug die ganze Zeit so unter Spannung steht, dass er permanent gezogen ist. Und um das Problem zu umgehen, habe ich mir folgendes überlegt. Hier unten am Vergaser habe ich mir hier 3D gedruckten Hebel gemacht, mit dem ich den Choke aktivieren und deaktivieren kann. Damit wird das Choke-Problem gelöst und wie das Teil funktioniert und wie man das zusammenbaut, das zeige ich euch jetzt. So, hier habe ich meinen Vergaser mitgebracht und die zwei Teile, aus denen der Projektheld Choke besteht. Und an der Hand von denen kann ich euch jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Die beiden Bauteile habe ich im CLD-Design und später mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Gefertigt sind die aus benzinbeständigem Kunststoff. Dieses Bauteil wird beim Vergaser auf den eingeschraubten Teil vom Choke oben aufgesteckt. Das enthält hier oben eine Rampe und hier drüber wird das zweite Bauteil aufgesteckt. Dieses enthält im Inneren einen kleinen Steg und dieser läuft auf der Rampe hoch und runter. Und somit wird das Dichtelement, welches hier vorne an dem kleinen Pin befestigt wird, hoch und runter gezogen. Wenn man den Uhrzeigersinn dreht, fährt er die Rampe hoch bis zu einer kleinen Vertiefung, in der es zu einer Einrastung kommt. Dadurch ist der Startervergaser geöffnet und aktiviert. Wenn man es wieder gegen den Uhrzeigersinn zurückdreht, rutscht der Pin wieder die Rampe runter und das Dichtelement wird wieder auf den Dichtsitz draufgedrückt. Für den Zusammenbau baut ihr am besten als erstes euren alten Vergaser aus. Den eingeschraubten Chokesitz lasst ihr am besten noch drin und markiert euch als erstes die Vorderseite. Als nächstes schraubt ihr die Choke-Abdeckung ab und nehmt die Feder sowie das Dichtelement heraus. Die Markierung zeigt jetzt hier nach vorne. Und bei dem 3D-Druckteil sollt ihr jetzt hier diese Aussparung nach rechts zeigen, ungefähr um 90 Grad verschoben. Als nächstes dreht ihr das Ganze so, dass der Schlitz nach vorne zu euch zeigt. Und dann nehmt ihr das zweite Teil, das der Hebel genau 90 Grad nach rechts zeigt und fädelt den vorsichtig von oben ein. Dann sollte unten der kugelförmige Pin im vollen Umfang rausstehen. Wenn nicht, müsst ihr den Schritt nochmal wiederholen, so lange, bis ihr genau die Lücke trefft und dabei der Pin so raussteht. Jetzt wird die Feder reingesteckt und dann das Dichtelement aufgesetzt. Beim Dichtelement auffädeln ist es wichtig, dass ihr sehr vorsichtig vorgeht, weil der Pin sehr schnell abbricht. Und falls es nicht genau passen sollte, sollte man einfach ein bisschen mit der Feile nacharbeiten. Dann wird es hier am Gewinde angefasst und der Choke ein bisschen nach hinten gezogen und dann ein kleines bisschen nach rechts gedreht und wieder losgelassen. Jetzt kann man schon die Funktion von Choke erkennen, wie das Dichtelement rein und raus fährt. Als letztes kann man den Projektheld-Choke wieder in den Vergaser einschrauben. Beim Festziehen wird der Choke schon betätigt, bis er oben an Anschlag gerät. Ab hier sollte nur noch geringe Kraft aufgewendet werden, um den Anschlag nicht abzubrechen. So, damit ist der Choke fertig installiert und kann jetzt durch ein Drehen aktiviert und deaktiviert werden. So, ich hoffe der Projektheld-Choke hat euch gefallen und das Video auch. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ich werde an dem Projektheld-Choke auf jeden Fall noch weiterentwickeln und ihn vielleicht noch weiter verbessern. Falls ihr Interesse an so einem Choke habt, habe ich leider noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich den verkaufen kann, weil da muss man erstmal ein Unternehmen gründen und es ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Falls ihr da welche Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht lässt sich da irgendwie was machen. Ich würde auf jeden Fall auch gerne den Leuten geben, die ihn gebrauchen können. Falls es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, werde ich es auf jeden Fall in die Videobeschreibung unten reinschreiben. Das heißt, da könnt ihr immer die neuesten Informationen dazu durchlesen. Und jetzt würde ich mich natürlich noch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein paar andere Sinsenvideos hier oder hier anschauen. Und jetzt würde ich noch ein paar Sachen machen.